Und hier gab es, ob ihr es glaubt oder nicht, einen Kupfernickelbarren. Da das aber eine Double Mission ist, zeige ich euch beides. Da gibt es nämlich noch mehr zu finden. Ich bin ein Kupfer. Okay. Oh, oh, oh. was siehst du alte freundin ja 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 Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Und zu guter Letzt gibt's noch die Mentorenarm-Schiene. Das war's. Viel Spaß. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.